Musik Meine Schwester, Aida Sophie und ich, sind vor einiger Zeit auf die Idee gekommen, diese Gruppe zu gründen, weil wir einfach sehr große Freude für die klassische Musik empfinden. Also, das ist Adriana, unsere jüngste. Sie ist nur fünf Jahre alt. Musik Wir haben dann am Ende doch beim Jungen Musiziert Wettbewerb den ersten Preis gewonnen. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Musik 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 Die Eröffnung von Young Musicians Live ist sehr toll, weil uns dadurch neue Optionen eröffnet werden und weil wir dadurch mehr Konzerte spielen können. Musik Wir lieben auch drei Klavieren zu Hause fast immer gleichzeitig. Und wir fahren oft als Familie zusammen zu großen Wettbewerben. Musik Musik Mit der Schule und meinen vielen Hobbys ist es auch schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Und, aber es motiviert mich auch. Musik Nach dem Konzert sind auch einige ältere Menschen auf mich zugekommen und haben mir erzählt, wie sie so begeistert von der Musik waren. Einige haben auch ein paar Tränen vergossen und es hat mir eine neue Ebene von der Musik eröffnet und mich sehr bewegt. Musik Und nach unserem ersten Konzert im Teatianum, also im Seniorenheim, waren wir ziemlich überzeugt, dass das eine sehr gute Idee war. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020